Ich habe noch ein schwarzes Bildschirm. Ah, okay. Das ist zu oft. So, seid ihr da? So, seid ihr da? So, seid ihr da? Okay. Äh, all units taunt. Du schwimmst in der Luft. Du schwimmst auch die dazu, war noch da, du warst so Meter halt über der Luft, wie so eine Fee. Ich bin auch eine Fee. Gleich eine Fee. Hast du nicht eine ID dabei, die sich nachschwingen können? Der ist tot. Wir nehmen die MHQ. Alle tot. Wieso sind die alle tot? Weiß ich nicht. Ich will es nicht wissen. Ich bin eigentlich in der oben rein. Ich will gucken, ich will sehen. Kannst du gleich dir die Tour aufmachen? Hier ist Rampage. Alles schießen, was ich blau ist. Vorsicht, Zivilisten. Ja, und Vorsicht, UN-Truppen. Ja. Okay, wir fahren mal ein Stück rein und gucken, wann was da explodiert ist. Zwei Sätze, ja. Feinde, doppelt checken. Zwei Ambi's fahren frontal auf uns zu. Feindlich, feindlich. Deckung. Zwei Ambi's nach rechts, ausgewichen. FTL down. Kontakt voraus. Bewaffnet das Fahrzeug. Was zur Hölle ist das? Oh. Wieder wach. Ach du Scheiße. Ich glaube, der droht. Ja, Tonics habe ich auch keiner dabei. Oh, da kommt ein Sammy. Ja. 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 Ja, hier bald die ganze Stadt in die Luft. He, he. Sacko? Ach ne, ich bin tot. Ganz schwer verletzt. Ich bin oben im Haus. Da kam eine Granate geflogen. Splash? Ah ja, Flo hat es auch erwischt. Heißle, der Silvisan ist tot. Ich mache den jetzt hier noch fertig. Dann müssen wir mal abholen. Du bist mit dir heiß. Das ist ja auch richtig tot. Heiko, irgendwie ist dein Ton so getroffen. Ach ne, da ist doch viel mehr getroffen. Ich habe mich angerufen. Hier ein paar Bewusstlose. Guck mal, da lebt er wieder. Dann gebe ich mir noch ein bisschen Blut und dann macht er das. Offensichtlich. Die FD-Fahrer sind mit Motorradhelmen und Motorradkleidung bestattet. Ja, korrekt. Das ist mal was anderes im Gegensatz zu den ganzen anderen Russen. Und was wir nicht sonst zwar alles angeschossen haben sonst. Die haben Motorradkleidung, aber ein SPZ. Kann jemand noch weitere Kontakte ausmachen? Ich bin mal gerade mal auf die Suche danach. Ach ja, und wenn ihr schon unterwegs seid, falls ihr eine Einheit findet mit Raketenwerfern und Munition, sagt mir bitte Bescheid. Na ja, verstanden. Ich bin sicher auch in der Nähe. Ah, da hat leider... Ah, lebt noch. Oh, sag's mal bitte mal, Funks, sonst höre ich dich nicht. Für die Spre... Ja, da hat er wohl gleich in die Landmine gefahren. Ich glaube, sagt jemand, vergesst, dass das eine Wiki-Mission ist. Das ist auch kein Schmerz. Den kriegst du mich. 182 Medium Scraps, 122 Minor Crush Tissue. Holy shit. Daiko. Daiko. Willst du respawn? Ansonsten sind wir hier vier Stunden dabei, deinen rechten Arm zu verörsten und deinen linken. Das war das Screenshot. Ich hab auch das Screenshot gemacht. Lasst es Screenshot werden! Scheiße, Alter. Heilige Scheiße. Äh, ich bin verzeiess, aber ich kann mich nicht hier. Kontakt, raus, rechts, vorne. Ja. Ich auch nur bei Bons. Schuss. Was? Ist gescheitert? Ja, schon. Waren da auch welche? Ja, da waren auch welche. Vorsicht. Ich stehe hier. Das war zwei Meter vor mir. Ja, da waren nämlich auch welche gewesen. Verletzt? Negativ. Du hast mir den Arsch gerätet. Das war ein Scharfschütz. Okay, kein Problem. Okay, schon mal auf den Kampagnen gucken, wo wir möglichst schon mal ausschalten. Hier gehen wir in weniger Beschuss kommen. Ich glaube, da kommt ein Schuss aus Richtung, äh, Ufer. Das ist korrekt. Ich steig mal mit aus. Check. Ah, der war's. Okay. Feindliches Boot, äh, in Richtung 140 Grad. Das ist aber unbemann, wenn ich dich richtig gesehen hab. Äh, nein, positiv. Ich sehe Personen an Bord. Dann bemannen sie's gerade. Oder meinst du, eins, was nicht am Ufer ist? Nett, das kommt, äh, ist auf dem Wasser. Ich zähle vier Mann. Ja, kann ich bestätigen. Die sind abgesprungen. Die schwimmen. Die sind abgesprungen. Die schwimmen. Das war's halt ein bisschen asozial. Yes, Kampftauer. Einer lebt noch. Beim Tower links, auf den Treppen ist einer. Ja, der hab ich angeschossen. Der ist bei uns fünf Meter weiter geflogen. Ja. Der jetzt auf der Mauer liegt, oder was? Ja. Wo ist die Chuck Norris-Kugeln, ja. Der ist schön noch einschrein. Boah, drei Mann. Drei Mann. Lade nach. Ich mach mir noch ein bisschen Abstand gut. Kann es sein, dass auf dem BTR mehrere Soldaten sitzen? Ja. Positiv. Ich rück mal langsam vor. Ja. Hör auf mich. Ja. Der kommt glaub ich Schnell der daun Oh scheiße Oh Flo ist daun Flo ist daun Ach der Kopf war ja klar Ich glaube es ist bald wieder soweit Also wenn Flo bald nicht aufsteht Dann nehme ich ihn in die Hundemarke weg Und wir machen weiter Ich hab noch drei Rauchgranaten Zwei Ich hab keine Ich versuch den mal hoch zu jagen Ich versuch den mal hoch zu jagen Ich hab ihn vergessen 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 Ich hab ihn gebrochen gekrochen Rippen, ist egal Ich entscheide mir welche Das kann ja ab Ich bin kein Sunny Der Sunny liegt da hinter dir Dann gehen wir mal rein Da wieder geht vor Wieso machen wir das denke ich Ja was machst du denn da Warte bis er stirbt Ja Kann ja nicht klettern Ja, ich hab bei mir V So, ich hab mich einfach durchgepackt Ich sehe ein Panzer Ich ebenfalls Ich glaube, wir haben unseren Ex-Phil gefunden Ich hoffe, dass der offen ist Sonst müssen wir hier eine Stunde warten Bis der Rechesting ordentlich aufgemacht hat Alles gut Oh Gott, haben die mich erschrocken jetzt, Alter Schneider, wir haben ja was für dich Ich bin Kommandant Wir holen uns den Ural Sitzen alle Ach, ich sitze oben drauf Achtung, ich fahr los Ähm Moment, lass mich mal hinten einsteigen Da haben wir einen Schritt Dann, äh, die magische Betankung Alle mal aufsteigen Hier stehen noch übelst vier Spritkanister Wir nehmen einfach den hier und machen den voll Gut, haben wir damit gemacht Weiter geht's Nein Sieht jemand den Ural Ähm, negativ Negativ Ist die Mission nicht eigentlich beendet? Ja, aber Ural, mach mal da Ural will ja schon gerne knacken Ja Ja Wer kann eigentlich die Rakete abfeuern? Der Schütze Ural, 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 Ural Direkt vor uns Was? Ja, wir sind nicht bewaffnet Raming Speed Ich hoffe mal, die haben keine RPG dabei Nö Die setzen sich wieder auf Triple K Hat Raming Speed funktioniert? Mir bleibt die Ansicht leider verwehrt Ich habe immer mehr raus aus dem LKW Ich glaube, die sind tot Ich sitze mal ab und gucke, kann ich es hören? Der Fahrer lebt Ich glaube nicht mehr Aber stellt er mir endlich mal ein vernünftiges Fahrzeug hin und hat keine Munition Ich habe Aua Ich habe Aua Ich habe gut Aua Der Raketenslot ist offiziell nicht auf Munitioniert Und er ist einfach den Rett zu fett Ähm Leute Ja Ja Jetzt Rückwärts, rückwärts, rückwärts Was ist denn da? Grotag auch Das könnte eine Teammarkierung sein Könnte? Ja Ja, wir haben ja von Artillerie beschossen Ja, aber der Behinderte lacht sich gerade den Arsch ab Nein, Psycho lacht Nein, nein Ich habe ja kein Zeus Der Zeus lacht, ich sehe es doch Ja, der dumme Arschficker, der hässliche Da ist er doch Da ist er doch Da ist er doch What the fuck Noll Hast du das? Neee, das war er jetzt noch nicht gewesen Wo kam der denn her? Ich habe den Panzer herzipäen Wo kam der denn her? Wo kam die Warthog daher? What the fuck? Keine Ahnung What the fuck? Das war ich jetzt wirklich nicht Vielleicht war da das Skript mit eingebaut Das war auch schön Kann der Heini mich jetzt mal ganz machen Nähen und so? Was ist der Heini? Der hat den auf den Operationsset geklaut Ja Ah, können wir dann noch einen Screenshot von dem Panzer machen? Ich fand das ganz gut heute Ich habe ein bisschen was zu tun Ich habe da rumgefahren Habe ich zusammengefliegt Aber als Andi ja wieder mal nichts geschissen bekommen hat Ich würde doch mal neu ansuchen Ansonsten Hat Spaß gemacht Werde wieder Ich bin schon im Krisengebiet mit euch Ihr Kackspatzen Du hättest ihn als Ösi sprechen müssen, Mann Ja, Mann Du hättest ihn einfach als Ösi sprechen müssen Du kannst zwei Stimmen Ich muss als Flash nur jetzt dann auf Österreich geschrieben Ich muss als Flash nur jetzt dann auf Österreich geschrieben